So, bei diesem eigenen Song stelle man sich vor, man steht am Bahnsteig, der Zug fährt rein und ein wunderschönes Mädchen guckt aus dem Fenster und es gibt einen Blickkontakt und so heißt ja auch, einen Augenblick. An dem Bahnsteig kam ein Sommertag, mit einem Zug von mir an. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Wie die Zukunft mit dir aussehen könnte, stellte ich mir noch allen hervor. Dieser Moment, an der Zeit von Zeit, ist nicht an den Sternen. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann. Ich schaute in die unerschönsten Augen, wie man sich vorstellen kann.